Wir leben Wrestling Backstage-Begeisterung wegen Keith Lee Paul Davis berichtet, dass viele WWE-Offizielle und Mitarbeiter nach der Survivor-Series begeistert von Keith Lee sind. Wie wir bereits berichteten, ist Vince McMahon großer Befürworter Lees. Der 35-Jährige konnte vor allem durch sein Charisma und die wrestlerischen Leistungen beeindrucken. Davis berichtet, Lee beschwere sich nicht über die Arbeit, die ihm gegeben wird und hätte auch keine Angst davor. In einigen Monaten soll er bei Raw oder SmackDown zum Einsatz kommen. Er bringe das mit, was Vince in einem Topstar sucht. NXT Takeover-Event an einem Sonntag WWE kündigte das nächste NXT-Großevent für den 16. Februar an. Laut Wrestling Observer ist der Grund dafür die Konkurrenz am Samstagabend, zum Beispiel Boxen. WWE-Fans seien zudem daran gewöhnt, am Sonntag und nicht am Samstagabend einzuschalten. Dies ließe sich auch in den WWE-Network-Statistiken erkennen. Mauro Ronalo löscht seinen Twitter-Account Grund dafür sind nach aktuellem Stand negative Äußerungen von seinem Kommentatorenkollegen Corey Graves. Dieser kritisierte unter anderem, dass Ronalo ihn und Beth Phoenix bei NXT Takeover Wargames nicht genug zu Wort kommen ließ. Ronalo, der bekanntlich mit einer bipolaren Persönlichkeitsstörung zu kämpfen hat, zog sich daraufhin aus Social Media zurück. Shayna Baszler vor Hauptkaderaufstieg? Laut Wrestling Observer gäbe es Backstage einige Hinweise dafür, dass WWE Baszler langfristig bei Raw oder SmackDown einsetzen will. Geplant sei, sie bei Raw als dominante Zerstörerin einzusetzen. Zuvor soll sie allerdings ihre NXT Women's Championship verlieren. Rhea Ripley sei die vorhergesehene nächste Champion. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.